Mit dem Blue Sonar gibt es von Logitech unter ihrem For Creators Label ein brandneues dynamisches Broadcast-Mikrofon mit XLR-Anschluss. Ihrem Label entsprechend für jegliche Form der Content-Erstellung gedacht. Dabei gibt es ein paar ausgefallene technische Finessen. Wie es damit am Ende klanglich performt und was es zum Start für nicht unbedingt schmale 350 Euro im Detail zu bieten hat, das erfahrt ihr wie immer hier. Das Blue Sonar kommt sehr übersichtlich zusammen mit einem Reduziergewinde und einem alternativen Windscreen in knalligem Rot daher. Zudem gibt es neben der hier zu sehenden schwarzen auch noch eine weiße Variante des Mikrofons. Das Mikro selbst macht dabei einen wirklich überaus hochwertigen und dem Preis entsprechend sehr guten Eindruck. Der Korpus besteht komplett aus Metall und das je nach eurer Wahl mit mattem schwarzen oder weißem Finish. Besonders positiv fällt hier vor allem der kleine Arm zur Montage an Mikrofonhalterung auf. Der ist nicht nur sehr massiv, sondern bietet mit dem großen Rad eine sehr gute Möglichkeit, den Widerstand des Gelenks anzupassen. Sprich, ihr dreht das Mikrofon hier nicht einfach nur starr in Position, sondern könnt es flexibel beweglich halten, ohne dass es sich gleich verselbstständigen kann. Am Ende des Arms befindet sich das obligatorische 5,8 Zoll Gewinde. Das zugehörige Reduziergewinde bietet dabei gleich zwei Alternativgrößen, 3,8 Zoll und 1,25 Zoll. Damit sind absolut alle gängigen Halterungen abgedeckt. Der XLR-Anschluss befindet sich nicht wie bei den meisten Mikrofonen an der Rückseite, sondern in einer kleinen Auswuchtung an der Seite des Mikrofons. Ob sich diese am Ende oben oder unten am Mikrofon befindet, könnt ihr selbst bei der Montage des Mikros festlegen. Wie durch den Ersatz-Windscreen bereits recht offensichtlich, lässt sich dieser natürlich einfach abnehmen und bei Bedarf austauschen. Dabei unterscheiden sich die beiden mitgelieferten Varianten lediglich in der Farbe. Darunter befindet sich ein sehr stabiler Metallkäfig, der die Kapsel schützt. Ähnlich wie beim beliebten Shure SM7B liegt die Kapsel selbst etwas zurück, sodass ihr auch bei sehr direkter und naher Besprechung automatisch einen Mindestabstand einhaltet. Etwas weniger offensichtlich, aber bei Mikros mit direkt montierten Armen durchaus wichtig, die Konstruktion der Kapsel ist im Inneren schwingend gelagert und so entkoppelt. Das soll verhindern, dass Vibrationen über dem Mikrofonkorpus, den Arm oder der damit verbundenen Tischplatte aufgenommen werden. Außerdem befindet sich in dem Mikro noch eine zweite, nach hinten gerichtete Membran. Die wird genutzt, um Störgeräusche noch besser rauszukanceln. Aber es gibt noch ein weiteres nicht so offensichtliches Feature. Und zwar ist es ja üblicherweise so, dass dynamische Mikrofone funktionsartbedingt keine Phantomspeisung benötigen. Dieses hier aber schon. Und zwar zwischen 24 und 48 Volt. Ohne kommt hier nämlich kein Ton raus. Diese Phantomspeisung wird genutzt, um einen integrierten Mikrofonverstärker zu betreiben, der das Signal schon vorab verstärkt. Und zwar um rund 25 Dezibel. Als Konsequenz benötigt ihr an eurem Interface oder Mischpult weniger Gain, habt mehr Lautstärkreserven und tendenziell ein geringeres Grundrauschen. Denn der verbaute Preamp soll bereits extrem rauscharm arbeiten. Nun gibt es aber noch zwei weitere, etwas klassischere Features. Und die befinden sich an der Rückseite unter der mittels Magneten gehaltenen Abdeckung mit dem Logi-Schriftzug. Hier gibt es noch zwei kleine Schalter zum Formen eures Klangs. Und zwar ein Präsenzboost und ein Low-Cut, also eine Bassabsenkung. Wie sich das jeweils genau auswirkt, das probieren wir gleich aus. Kommen wir damit also zur Praxis. Das Mikrofon ist zwar nicht gerade günstig, bietet dafür aber einiges an ausgeklügelten Features. Wirklich relevant ist am Ende aber natürlich im Wesentlichen der Klang. Und den könnt ihr bereits das ganze Video über in unbearbeiteter Reinstform mit den beiden Schaltern in neutraler Position hören. Und wie man hört, bekommt man hier einen sehr typisch dynamischen und dichten Sound. Insgesamt im unteren und mittleren Bereich sehr ausgewogen, obenrum aber merklich stumpf. Die konkrete Ausprägung ist aber natürlich wie so oft Geschmackssache. Was hier aber auf jeden Fall schon mal hervorragend funktioniert, ist der integrierte Preamp. Ich selbst nutze gerade mal ein Drittel der Power meines AG03s, das normalerweise bei derartigen Mikrofonen sich eher um die 90 bis 95 Prozent bewegt. Zudem ist es dabei absolut rauscharm. Was ebenfalls absolut anständig funktioniert, ist der Umgang mit Plosivlauten. Selbst bei sehr naher Besprechung, wie ich das jetzt gerade mache, ich habe einen Abstand von 2 bis 3 Zentimetern, hat es keinerlei Probleme mit harten P-Lauten. Das Ganze wird sauber abgemildert und Gleiches gilt auch für direktes Atmen auf das Mikrofon. Davon landet angenehm wenig in der Aufnahme. Zudem hört ihr jetzt auch gerade die Auswirkung von eben so naher Besprechung. Der Bass nimmt zwar merklich zu, wird aber gleichzeitig nicht unangenehm überbetont. Dagegen gäbe es dann aber auch noch den Low-Cut. Den probieren wir gleich noch aus. Das Sonar setzt nicht auf eine einfache Niere, sondern auf eine super Niere als Richtcharakteristik. Die ist noch etwas enger und erfordert damit etwas mehr Disziplin beim Besprechen des Mikrofons. Gerade wenn ihr es wie ich jetzt relativ nah besprecht, fällt es umso deutlicher auf, wenn ihr euch nach hinten oder zur Seite vom Mikrofon wegbewegt und somit aus dem Fokus geratet. Trotzdem habt ihr dank des integrierten Pre-Ams so viele Reserven, dass man das Mikrofon auch mit etwas größerer Distanz nutzen könnte. Wobei dann natürlich auch mehr Störeinflüsse wie zum Beispiel Raumhall eher in der Aufnahme landen. Schauen wir aber mal, wie sich das Mikrofon in Kombination mit mechanischen Tastaturen schlägt. Ich habe es für meine übliche Sprechdistanz von 5 bis 10 Zentimetern eingepegelt. Und wie man hört, landet nicht allzu viel von der Tastatur in der Aufnahme, obwohl ich schon sehr kräftig tippe. Hier kommt dem Mikrofon vor allem die integrierte Entkopplung, aber auch die zweite Kapsel zugute. Gleiches gilt übrigens auch für Berührung am Tisch, wie jetzt gerade hört, oder durchaus am Arm oder am Mikrofon selbst. Da ist es extrem unempfindlich und das ist wirklich gut umgesetzt und so, wie es auch eigentlich sein sollte. Machen wir aber auch noch einen kleinen Soundvergleich mit dem Shure SM7B. Okay, zunächst hört ihr wieder das Blue Sonar mit neutralen Einstellungen. Und dagegen hört ihr ab jetzt das Shure SM7B ebenfalls mit neutralen Einstellungen, aber ohne integrierten Preamp und so bei knapp 95% Gain bei meinem Audiointerface. Mir persönlich gefällt der Klang etwas besser, vor allem da die Mitten hier etwas sanfter sind. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Kommen wir damit wieder zurück zum Blue Sonar. Welcher Sound gefällt euch besser? Jetzt gibt es aber noch unsere beiden kleinen Schalter. Probieren wir die einfach mal aus. Zunächst hört ihr wieder das Mikrofon mit neutralen Einstellungen. Und ab jetzt hört ihr das Blue Sonar mit dem Präsenzboost. Man hört eine klare Höhenbetonung, trotzdem fehlt es mir hier aus meiner Sicht noch ein klein wenig mehr an Luftigkeit. Trotzdem würde ich diesen Schalter für mich als Standardeinstellung aktivieren. Ab jetzt hört ihr dagegen das Mikrofon ohne Präsenzboost, aber mit aktivierten Low-Cut. Sprich, der Bass wird hier etwas abgesenkt. Insbesondere bei sehr nahen Besprechungen wird dadurch der Bassbereich merklich entschärft. Bei regulärem Abstand würde ich darauf aber eher verzichten. Da es sich hier um ein XLR-Mikrofon handelt, habt ihr natürlich auch noch die Möglichkeit, den Sound wahlweise direkt in der Hardware eines Mischpultes oder aber per Software aufzubessern. Eine Variante davon könnt ihr ab jetzt hören. Ich habe einfach mal versucht, ein wenig die oberen Mitten zu bändigen und noch ein wenig mehr Klarheit reinzubringen. So gefällt mir der Sound persönlich noch etwas besser. Aber was haltet ihr davon? Kommen wir damit zum Fazit. Das Blue Sonar richtet sich zwar an Content Creator, positioniert sich preislich aber eher in einer Liga mit dem Shure SM7B und begründet das nicht nur mit sehr guter Verarbeitungsqualität, sondern auch mit ausgeklügelten Features. Was am Ende aber zählt, ist der Klang. Und der ist bekanntlich Geschmackssache. Was haltet ihr von diesem Mikrofon? Konnte es euch klanglich überzeugen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das war's von mir und ich würde sagen, tschüss bis zum nächsten Mal.